Alli, hallo, da ist der Guzo, ich habe mir wieder die Haare nicht gemacht, ja, es tut mir voll sorry, aber eigentlich ist es auch scheißegal, weil ich sehe immer ziemlich geil aus, nein, ich spiele total geil, nein, auch das ist es nicht, ja, es ist einfach die Unterhaltung, die zählt, ich glaube, das kriege ich halbwegs hin. So, jetzt geht es nämlich darum, wir haben Gold, was mir immer wieder abgezogen wird, habe ich keinen Bock drauf, klar, also was heißt immer wieder abgezogen, ist auch falsch gesagt, Verteidigungslog, da wurde ich leicht gefickt, das geht eigentlich, da wurde ich ziemlich hart, das tut mir jetzt noch weh, da auch, also so ein paar Sachen sind schon dabei, wo ich einfach sage, man muss einfach nicht mit knapp 5 Millionen Gold rumrennen, das ist klar, irgendwann klaut es einen, Ich klaut es einem Einer, so, und zwar würde ich jetzt mal sagen, mache ich einen Angriff und haue jetzt einfach mal 200k Gold rein und dann ist das schick und dann haue ich da einfach die CB aufs nächste Level und dann ist das schick und dann ist das gut. Ich wollte eigentlich erst die kompletten Dev-Gebäude wirklich besser machen, was dann sagt mir, Marco, glaube ich, sagt es, oder sagt es Monk, ich weiß es nicht genau, wer es gesagt hat, aber auf jeden Fall geht es ja wirklich halt darum, dass ich dann auch den, äh, im, im, im CW besonders eben auch den Lava-Hund verwenden kann und dann ist das ziemlich nice. Ja, CW sind wir am Gewinn, da schrieb Marco gerade, ja, macht schon keinen Spaß mehr, in den letzten 8 CWs haben 4 kapituliert und gesagt, ey, komm, hey, äh, hat keinen Sinn, aber, ja, klar, ich meine, ist ja dann kein richtig, äh, offiziell gewonnener CW, aber, ey, ganz ehrlich, ich kann die echt verstehen, ich meine wirklich, wenn man dann irgendwie loslegt und dann irgendwelche übermächtigen Gegner kriegt, das, das macht ja echt keinen Spaß, also wie gesagt, da sollte Supercell sich echt mal ein bisschen was, äh, Neues ausdenken und dann habe ich noch einen kleinen Knaller, ach, ich glaube, das bringe ich mal in ein extra Video, das finde ich ziemlich cool, Ich glaube, ja Ey, Leute, der, dieser krass, kranke Loot, den ich hatte, ich glaube, die Zeit ist echt vorbei Also, 150 würde mir reichen, aber ganz ehrlich, nein, nein, ich verkaufe mich nicht unter Wert Beziehungsweise, ich gebe meine Loons nicht unter Wert her Machen wir mal die Heizung noch ein bisschen an hier Das ist nix Ne, also wie gesagt, also wirklich bei den letzten Malen, ey, der hat so megamäßig reingeknastert Wirklich, wenn man da einfach mal etwas über 300 von jedem knallt, das ist schon ziemlich krass Abonnententechnisch geht es auch gerade wieder Äh, was mehr nach oben als vorher, also sonst war ich immer so, ja, so bei 10, 15, ne, 10, 12 Abos am Tag Jetzt geht es so langsam auf 15, freut mich natürlich auch mega Habe ich nix dagegen Herzlich willkommen an alle Neuen Hier nochmal Ja, ich bin jetzt eine lange Zeit schon nicht mehr zum Twitchen gekommen Möchte ich eigentlich auch wieder machen, aber, ach ja, ihr wisst ja selber die Zeit Ah, wollen wir den nehmen, aber eigentlich sagt es, äh, äh, ne Ey, Leute, was geht denn hier? Wir sind irgendwie Eine Ewigkeit hier schon am Suchen Ne, das Reicht mir nicht Boah, krass Yeah Das ist doch nice Jetzt gucke ich mal, ob er eventuell Es hätte ja sein können, dass er irgendwie in Luftabwehr gerade am upgraden ist Es hätte ja sein können Jetzt gucke ich mal, ob er irgendwo was unsymmetrisches drin hat Ich würde mal sagen, die oberen beiden sind auf jeden Fall mein Ziel Ich gehe mal von da und von da ran und haue mal hier den Rest noch schön Ich würde schon sagen, war es das schon? Ja, äh, Clanburg ist jetzt nicht so voll Dass ich sagen müsste, ich kriege Angst Und dann gucken wir mal, was die Minions hier sagen Und, also wie gesagt, das klappt Das muss ich wirklich sagen, das klappt wirklich ganz gut Das läuft Hier der Drache, ja, okay, der wird jetzt ein bisschen was abkriegen, aber Ich denke mal, das sollte ganz in Ordnung sein So, jetzt überlege ich gerade Wenn die hier so machen, dass ich eventuell von hier reingehe Ah, okay, ich hatte sogar noch Loons drin Na herzlichen Dank Ragen brauche ich noch nichts Na doch, die Queen würde ich mal langsam anfangen Ja, das ist doch nett Der King hält auch noch ein bisschen Aber ich will jetzt Ich will wirklich, dass der Rage komplett ausgeübt wird Und nicht wirklich so die letzten zwei Sekündchen Naja, wir könnten ja nochmal Ja, möchte ich meine Queen jetzt noch wasten Ich weiß nicht, ob ich das will Aber hier haben wir nur Ich meine, danach kommt der Boogie-Turm noch Der nochmal reinknallt Aber der Rest ist ja Fläche Und ihr wisst selber Dann rennt man nochmal kurz weiter Hier, guckt mal hier Und jetzt Ah, schade Das hätte sie cleverer machen müssen Das hätte noch was mehr Punkte geben können Wenn sie sich einfach nur an dem Alex hier So ein bisschen da Da an dem Alex vergriffen hätte Hätte sie das Alex noch gezogen Aber gut, komm Das ist auch wieder Vollkommen in Ordnung So ist das ja mal gar nicht hier So, jetzt gucken wir mal Ja, wir haben die 5 Millionen erreicht Also gehen wir Rathaus hoch Ist klar, oder? Zack, bäbäm Nein Auf keinen Fall Das wird nicht passieren Wir werden nicht über losgehen Wir werden auch nicht 4 Millionen Dafür ausgeben Unser Rathaus zu upgraden Das wird definitiv nicht passieren Er wollen Ja Ihr könnt gerne untereinander Irgendwie Wetten abschließen Ob ich es durchhalte Bis Maxed out Rathaus 9 Oder nicht Also ich bin ja der Meinung Ich schaffe das So kommt hier Einfach mal Spaß haben Spaß kostet Also geht's los Smilies sind am wichtigsten So Ja, wird schon passen Alles cool So Ja klar Nice Ihr, doch Ich zeig euch das jetzt Ich zeig euch das jetzt Und zwar Das hat mir der Lichtle geschickt Und ich finde das Er sagt Wie kann man bloß Wie kann man bloß Es geht darum Der ist ja Große Sehr, 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 sehr Krass großer YouTuber Und der hat sich gesagt Ach komm Ich nehme mal 900 Dollar Also nicht irgendwie Getrickst Oder was auch immer Ich habe mir das komplette Video angeguckt Geht irgendwie 18 Minuten Und Der hat sich gesagt Gut, okay, komm Ich jam das mal alles komplett hoch Bis Rathaus 10 Dass ich eventuell In Richtung Champion Mal gehen kann Ich haue euch den Link auch rein Ganz klarer Fall Und Das finde ich echt geil Also Und er sagt eben auch immer wieder Er entschuldigt sich immer wieder dafür Ja Für die, die sagen Ich bin ja der größte Freak Und wie auch immer Aber Ich fand das echt geil Das zu sehen Einfach mal Zack, 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 zack Jam Wasting Ohne Ende Aber Ja Der hat halt eben mal gezeigt Wie schnell man Sein Geld ausgeben kann Aber Wirklich hat genau überlegt Wie viel brauche ich dafür Um das und das hinzubekommen Und dann Sich das halt Alles ausgerechnet Und war mega interessant Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen Und wie gesagt Link ist in der Beschreibung Ich meine Der braucht nicht noch weitere Klicks Theoretisch Das Video hat etwas über eine Million Klicks Aber wirklich Das ist echt eine coole Sache Da kann man sich das gerne mal Reinswiebeln So Jetzt wollen wir aber noch was anderes machen Genau Ich wechsle meinen Account wieder Und da bin ich wieder Mit meinem Neuen Account Ihr seht es gerade Hoffe ich mal Maxed Mauern Maxed Minwerfer Maxed Kanone Maxed Magiaturm Ist das eine Keke Da Platzt mir der Arsch Ich weiß Ich soll es nicht sagen Aber Ich hatte eigentlich Das Upgrade Vom Bogeyturm Auch schon angestoßen Aber ihr seht es ja Es ist leider nicht gemacht worden Aber gut Was anderes Was schnell geht Kann ich eh nicht mehr machen Also logischerweise Bogeyturm Weil der wäre dann nämlich auch Maxed Und der Lichtle ruft an Wartet mal Ich bleib mal dran Ihr könnt das ja alles mithören Das ist ja kein Thema Hallihallo Lichtle Ja Du bist in einem In einem Video dabei Ne ich erkläre nämlich gerade Ich bin gerade auf meinem Zweit Account Und wollte gerade mal erklären Wie es aussieht Was da schon Maxed ist Und was nicht Und wie auch immer So Du Ich Warte kurz Warte kurz Ich mache kurz das Video zu Ende Und dann können wir nochmal Tschüss sagen Und wie auch immer Kurze Sache noch dazu Und zwar Nee Also in meinem Video Du hörst nur zu Und zwar Ja da ist gerade CW am Start Beziehungsweise Es sind noch 13 Tage Ey haben die alle schon gesp... Krass Ey die haben was dazu Also Ich würde mal sagen Das hat Nova gemacht Gehe ich mal davon aus Auf jeden Fall Richtig gut Dass schon Komplett gespendet ist In die CBs rein Sehr gut Gefällt mir richtig gut Das soll es dazu gewesen sein Ja Tief Luft holen Ihr seht mich wieder Bis dann Ciao 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 Ciao